Guten Morgen, also ich lese jetzt einmal diesen Bibelfers vor, es sind zwei Verse, ich lese ihn erstmal aus meiner Übersetzung. Da heißt es in Johannes 7, Vers 37 bis 38. Am letzten Tag des Höhepunktes des Festes stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigen Wassers aus seinem Inneren fließen, so wie die Schrift sagt. Und jetzt habe ich noch zwei andere Bibelstellen, die ich auch dazu lesen möchte. Einmal in Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und auch eine andere Stelle, also alles was ich vorlese, wurde heute schon zitiert, interessanterweise. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter euren Lasten stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Mein Thema heute heißt, mit Leichtigkeit Christ sein. Also es gibt ein Gegenthema, das heißt mit Ach und Krach dem Lammel nach. Aber mein Thema heute heißt, mit Leichtigkeit Christ sein. Und ich möchte euch einmal eine fiktive, aber denkbare Geschichte erzählen aus einer Gemeinde. Eine junge Frau in den 30ern bekehrt sich zu Jesus und kommt zu einer Gemeinde. Doch bei aller Freude der Bekehrung ist sie einsam. Sie fühlt sich einsam. Sie sehnt sich von ganzem Herzen nach einem Partner. Die Männer in der Gemeinde sind allerdings nicht so interessant für sie. Und die, die sich für sie interessieren, findet sie nicht so besonders interessant. Andere Männer, die sie kennenlernt bei der Arbeit, beim Sport und so weiter, die sind nicht gläubig. Und deswegen will sie auch keine Beziehung zu diesen Leuten aufbauen. Die mag sie zwar, die findet sie auch interessant. Aber sie sind nun mal eben nicht gläubig. Und das ist ihr ganz wichtig. Sie möchte, wenn, dann einen gläubigen Mann. Und dann geht es so in die Zeit hinein. Sie fühlt sich einsam und irgendwann fühlt sie sich wie in einer Sackgasse, die gleichzeitig eine Einbahnstraße ist. Es gibt ja manchmal so im Internet so Bilder von Kuriositäten. Und ein Bild war wirklich ein Einbahnstraßenzeichen und gleichzeitig ein Sackgassenzeichen. Da kannst du nur reinfahren und kommst nie wieder raus. Weil du ja nur in eine Richtung fahren darfst. Also was du machst, machst du falls. Am besten du fährst da gar nicht rein. Aber sie fühlte sich eben wie in einer Sackgasse, die gleichzeitig eine Einbahnstraße ist. Da gab es kein Vor, kein Zurück. Aber sie war gefangen, völlig gefangen. In ihrem Kummer fängt sie an zu essen und nimmt immer mehr zu. Das macht sie noch unattraktiver, besonders in ihren eigenen Augen. Wenn sie vor den Spiegel tritt, macht sie sich selbst nicht mehr leiden. Irgendwann wird sie depressiv und entfernt sich von der Gemeinde. Dann lernt sie andere Leute kennen und fühlt sich angespornt abzunehmen. Allmählich kommt wieder ihre Lebenslust zurück. Sie lernt nette Leute kennen, auch nette Männer. Und mit einem dieser netten Männer beginnt sie dann auch ein Verhältnis. Sie glaubt immer noch an Jesus. Er spielt aber in ihrem Beziehungs- und Berufsleben kaum eine Rolle. Sondern nur ganz, ganz, ganz privat. Also noch nicht mal mit ihrem Freund oder späteren Mann. Sondern nur ganz alleine für sich. Später trifft sie dann mal Leute aus ihrer ehemaligen Gemeinde. Sie schaut aus wie das blühende Leben. Und die Leute aus der Gemeinde sind richtig erstaunt, wie gut diese junge Frau aussieht. Weil sie sie noch kannten, wie sie so stark zugenommen hatte und wie sie so depressiv war. Und jetzt plötzlich das blühende Leben kam ihnen da entgegen. Und die Christen fragten dann, na wie geht es dir denn? Ja wunderbar und so weiter. Und weshalb kommst du denn eigentlich nicht mehr zur Gemeinde, fragen sie. Und in diesem Moment erhebt die Frau plötzlich ganz schwere Vorwürfe. Und sie sagt, ihr habt mich mit eurer religiösen Engel krank gemacht. Ihr habt mich mit eurer religiösen Engel krank gemacht. Hast du mit Jesus die schlechteste Karte gezogen? Zieht die ganze Welt an dir fröhlich vorüber und du denkst, ich bin zwar treu dem Herrn, aber ansonsten bleibt mir so ziemlich vieles versagt. Oder ist es so, dass wir uns gegenseitig moralisch permanent unter Druck setzen, dass Leute, die in die Gemeinde kommen, versuchen, den Gemeindestandard zu befolgen, solange sie können, aber irgendwann können sie dann eben nicht mehr. Und dann bleiben sie halt fern oder gehen ganz woanders hin. Sind wir also gefangen zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Errichten wir einen Druck auf die einzelnen Mitglieder? Das gilt ja nicht nur für Bereiche, die ich jetzt eben geschildert habe, mit der jungen Frau, die dann so einsam war, weil sie hier kein Partner finden konnte. Oder gilt das auch für andere Bereiche, zum Beispiel, wenn es darum geht, sich öffentlich zu bekennen und dann traut man sich nicht, fühlt sich aber ständig unter Druck. Du musst doch Zeugnis geben oder immer Freude ausstrahlen, besonders wenn man im Gottesdienst ist, sich auch nicht anmerken lassen, dass es einem nicht gut geht, sondern zu versuchen, immer im Grunde genommen so den Positiven zu spielen, was dann Menschen tatsächlich immer mehr unter Druck setzt, weil sie das so empfinden. Oder ist das so, dass auch so ein Druck da herrscht, dass man eben nicht überall mitmachen darf, sowas macht ein Christ nicht, dieses macht ein Christ nicht, jenes macht ein Christ nicht und am Ende bleibt eigentlich nur noch das Sauerbier und da gibt es dann nicht viel Lebensfreude. dass es einigen vielleicht gar nicht mal so wenigen so ergeht, das ist eine Tatsache. Das erlebe ich immer wieder, dass Christen darunter leiden, dass sie zwar Jesus folgen, ihnen aber die Lebensfreude irgendwo ein Stück abhandengekommen ist. Wie sieht Gott das Ganze? Nun, wir haben ja jetzt die Bibelstellen gelesen mit diesem lebendigen Wasser und so weiter und so fort. Offensichtlich gibt es bei Gott noch einen anderen Weg. Nehmen wir mal diese Sackgasse, die gleichzeitig eine Einbahnstraße ist. Da fühlt man sich tatsächlich komplett gefangen. Aber wenn man jetzt fragt oder wenn ich jetzt frage, ja Herr, wie siehst du das? Wie siehst du das bei Menschen, denen, die sich doch so sehr nach Dingen sehnen, die, wonach sich eigentlich jeder Mensch sehnt und irgendwie nicht bekommen und da kann man ja auch nicht sagen, du, der Herr Jesus füllt alles aus, auf Wiedersehen, ich gehe fröhlich nach Hause. Das ist ja das Gleiche, wie wenn jemand kein Geld hat und nicht mal weiß ich, was zu essen zu kaufen und ich sage, ach, das tut mir aber leid, der Herr segne dich, ich gehe nach Hause und das war es dann. Dann lasse ich mir mein großes Schweinesteak auffahren und die Person hat immer noch Hunger. Also man kann Menschen natürlich schnell abspeisen, aber was für eine Lösung gibt es wirklich? Und es gibt ja, das müsst ihr euch so bildlich vorstellen, eine Sackgasse, die wirklich eine Einbahnstraße ist. Wie kommst du da raus, ohne irgendein Gesetz zu brechen? Du musst fliegen können. Die Lösung liegt oben. Aber so ganz stimmt das jetzt mit der Bibelstelle auch nicht zusammen, sondern man müsste eher sagen, die Lösung kommt von oben. Die Lösung kommt von oben. Also nicht der Weg nach oben ist die Lösung, da kommst du ja nicht so schnell hin, sondern der Weg von oben ist die Lösung. Jesus bietet ja hier etwas an, was offensichtlich stärker ist, als unsere Gefangenschaft. zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Sehnsucht und Realität, zwischen Gottes Geboten und Gottes Grenzziehung auch und deinen Lebenswünschen und Sehnsüchten und so weiter und so fort. In dieser Spannung, in der sich dann Menschen befinden, bietet Jesus etwas an, was offensichtlich stärker ist, als das Ganze. Es gibt ja auch die Spannung, dass du versuchst, stark und freundlich zu wirken, aber dir ist gar nicht danach. Und dann überwindest du dich und du schaffst das auch, aber du lebst innerlich in einer ganz tiefen Gefangenschaft. Und du kriegst es nicht hin, dieses Bild immer aufrecht zu erhalten. Das ist übrigens mit ein Grund, warum oft Menschen, die darunter leiden, anstatt in die Gemeinde zu kommen, um dort Gottes Hilfe zu suchen, gerade fernbleiben von der Gemeinde, weil sie denken, so kann ich mich ja hier nicht sehen lassen. Ich kann quasi dieses Bild der starken Person, der geistlichen Person, der schon geistlich reifen Person und so, das kann ich gar nicht mehr aufrecht erhalten. Was denken jetzt die anderen oder was denke ich selber von mir und so weiter. Und so bleibt man fern. Im Grunde genommen ist die Gemeinde ja ein Ort, wo Gott in unser Leben hilfreich eingreifen will. Also eigentlich auch, nicht nur, aber auch ein Krankenhaus, denn Jesus kam und heilte viele Menschen. Die Menschen kamen zu Jesus, die blieben ja nicht fern und sagten, nee, so kann ich mich nicht sehen lassen bei ihm, sondern sie kamen ja zu ihm. Aber wenn sich so ein Bild erstmal entwickelt oder wenn so ein Druck da ist und ein Mensch sich in dieser Sackgasse befindet, in dieser Gefangenschaft, dann bleibt ja überhaupt keine Bewegungsfreiheit mehr, sondern dann bleibt man eben zu Hause und ist dort weiter irgendwo niedergedrückt und so weiter und so fort. Aber Jesus bietet hier ja etwas an, was offensichtlich stärker ist. Die Frage in unserer Kleingruppe, die wir gerade eben hatten, war zum Beispiel auch, dass jemand fragte, was fangt ihr mit dem Wort lebendig an? Lebendiges Wasser. Dann kamen wir natürlich so auf Pragwasser, wo die ganzen kleinen Bakterien und Fischlein schon so alle rum. Aber das war wahrscheinlich nicht gemeint, sondern gemeint, glaube ich, ist lebensspendendes Wasser. Das ist gewiss damit gemeint. Lebensspendendes Wasser. Also Jesus bietet hier lebensspendendes Wasser an, was offensichtlich stärker ist, als diese Sackgassen, in denen wir uns oft heimlich, das spielt sich ja gar nicht immer nur öffentlich ab, sondern heimlich befinden. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn ein Mensch gerade in einer Gemeinde diesen Druck empfindet, dass er bei Arbeitskollegen oder Sportkollegen oder Hobby-Schachkollegen oder was immer man so macht, Briefmarkensammler und so, dass der Mensch dort offener plötzlich mal seine inneren Nöte thematisiert, als in der Gemeinde, wo er meint, immer ein bestimmtes Äußeres zur Schau tragen zu müssen, wir sind ja Christen, uns geht es ja gut, wir sind immer fröhlich, wir sind erfüllt mit dem Herrn, das Leben ist wunderbar. Ja. Ja, ja. Und Jesus bietet ja etwas an, was eben stärker ist. Gemeint ist ja damit der Heilige Geist. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Es geht übrigens aus der Folgestelle auch heraus. Das sagte er von dem Heiligen Geist, der noch nicht gefallen war, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Es geht bei der Fülle im Heiligen Geist nicht nur darum, besser missionieren zu können, es geht nicht nur um Zeichen und Wunder und es geht nicht nur um Geistesgaben. Das ist oft eine sogenannte, nennen sie mal, Pfingsttheologie, sagen wir mal, ich gebe jetzt kein Kommentar dazu, dass diese Fülle im Heiligen Geist eine Dienstgabe ist. Aber ich erweitere das jetzt mal aus der Schrift heraus. Ich sage das noch mal, die Fülle im Heiligen Geist ist tatsächlich dazu da, Lebensglück zu schenken. Nicht nur gut dienen zu können, nicht nur gut missionieren zu können, nicht nur übernatürliche Gaben zu haben, dafür ist es alles da. Aber die Fülle im Heiligen Geist ist tatsächlich dazu da, Lebensglück zu schenken. Die Jünger in Antiochia aber wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Die Jünger in Antiochia wurden mit Freude und mit Heiligen Geist erfüllt. Wenn wir mal die tiefen Ursprünge unserer Sehnsucht oder unserer Sehnsüchte mal untersuchen, dann ist es ja eigentlich, wenn wir mal ganz fundamental werden, geht es eigentlich um Glück. Ganz einfach um Glück. Ein Mensch sehnt sich nach einem Partner, in Wirklichkeit sehnt er sich nach Glück. Er sehnt sich nach Lebensglück und macht es fest an einem Partner. Wenn es der Falsche ist, sehnt sich dieser Mensch, den Partner wieder loszuwerden. Das Lebensglück besteht darin, ihn oder sie wieder loszuwerden. Das liegt aber und versucht ein bisschen mitzudenken, das liegt nicht am Partner. sondern es liegt daran, wir machen unser Lebensglück an bestimmten Dingen fest. Ich gehe jetzt nach Hause und ich habe richtig Appetit auf so ein, was weiß ich, so ein schönes Rindersteak. Also darauf fixiere ich mich jetzt total. Und dann komme ich nach Hause und meine Frau sagt, du heute habe ich was ganz Besonderes. ich sage, was ist denn das? Ja, das ist vegetarisch. Dann sinkt mein Lebensglück in die tiefsten Tiefen der Tiefen der Tiefen. Eigentlich habe ich festgestellt, ich glaube, meine Frau muss jetzt mal ganz kurz, könnt ihr mal kurz Ursch-O-Stöpsel aufsetzen? Also vegetarisch kann auch gut schmecken. Aber nun habe ich mich so fixiert und mir lief das Wasser schon im Mund zusammen, dieses wunderbare, herrliche, zarte Rindersteak und dann nur so Wurzeln und Dings da. Das sagt ja unser Sohn, ich bin nun mal nicht von dieser Sorte. Fleisch ist mein Gemüse. Gut. Also wenn es um Lebensglück geht, geht es darum, dass wir bestimmte Dinge damit verbinden, wenn ich das habe, dann werde ich glücklich. Wenn ich einen Partner habe oder eine Partnerin, dann werde ich glücklich. Wenn ich im Lotto gewinne, dann werde ich glücklich. Ihr habt ja gehört von diesem einen, der eine halbe Stunde zu spät seinen Schein abgegeben hat. Er stand in der Zeitung, an denen gingen die Millionen so vorüber. Er durfte sie mal innerlich spüren, aber er hat sie nie bekommen. Aber wenn ich dann im Lotto gewinne, dann werde ich glücklich. Oder wenn ich mehr verdiene, dann werde ich glücklich. Oder wenn ich einen anderen Beruf habe oder nettere Kollegen oder liebere Kinder oder was weiß ich alles, dann werde ich glücklich. Dann werde ich glücklich. Und wir verbinden quasi unser Lebensglück mit bestimmten Dingen. Ob es tatsächlich am Ende so ist, das ist eine völlig andere Frage. Aber es fängt erstmal so an, wir verbinden das damit. Und jetzt bietet uns Jesus etwas an und sagt es ist tatsächlich so, dir fehlt etwas zum Lebensglück. Nur du musst innerlich mal ein bisschen den Hebel umschwenken. Du musst sagen, ich habe tierisch Appetit auf vegetarisches Essen. Für einige ist das selbstverständlich, ich rede jetzt nur zu den Männern. dass du innerlich quasi den Hebel umwirfst und dass wir dieses Angebot, was Jesus uns gibt, einfach mal anfixieren und nicht sagen, ja, Fülle im Heiligen Geist, ja, hier so ein bisschen mal in Zungen reden, dann einmal hin und her hopsen vor Freude und dann gehe ich wieder traurig nach Hause. Das kann es ja auch nicht sein. Nee, das ist es auch nicht. Jesus redet hier übrigens auch nicht von einmaligen Erlebnissen. Wir haben auch darüber gesprochen, was bedeutet das Ströme des lebendigen Wassers, wie kommen die überhaupt zustande? Wir hatten so zwei Bilder, einmal, oder ich hatte zwei Bilder, muss ich gestehen, einmal unsere Regentonne, die muss natürlich erst mal angefüllt sein, aber dann ist da unten so ein Hahn und dann kann da auch Wasser von ausgehen. Oder ein Glas, was aufgefüllt wird und wo der Einschenker einfach nicht aufhört, weiter einzuschenken und dann läuft das ja quasi über und erfüllt die ganze Umgebung. Aber es geht darum, dass wir uns darauf fixieren. Es geht um etwas Beständiges, es geht nicht um einmalige Erlebnisse. Wenn da so ein Regenguss oder ein paar Regentropfen in meine Tonne fallen, dann kann ich diesmal kurz benutzen, aber das war es dann auch. Sondern es geht um einen ständigen Prozess, um etwas, was permanent in unserem Leben wirksam ist. Und das bietet uns Jesus an und das verbindet er interessanterweise mit Lebensglück. Ich sage nochmal eine andere Bibelstelle, da sagt Jesus, der Dieb kommt nur um zu stehlen, um zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Ich glaube, das müssen wir mal alle sagen. Also Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und jetzt personalisier das mal und sagt mal, Jesus ist gekommen, damit ich das Leben in Fülle habe. Und nochmal, Jesus ist gekommen, damit ich das Leben in Fülle habe. Natürlich dient das nicht, sagen wir mal, nur unserem Egoismus oder unserer Egozentrik, aber es dient der Freude Jesus selber, denn Jesus liebt uns und wenn du jemand liebst, dann siehst du ihn nicht gerne leiden. Ist das so? Wenn du jemand wirklich liebst, dann siehst du ihn nicht gerne leiden. Und Jesus liebt uns wirklich. Amen. Er liebt uns wirklich. Und er sieht dich nicht gerne leiden. Und deswegen will er uns aus dem Gefängnis herausholen. Nehmen wir mal diese Bibelstelle, die ich auch vorgelesen hatte, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und es gibt, stellt euch so eine Latte vor, Hochsprung Latte oder Stab Hochsprung oder wie auch immer, so eine Latte und du kommst da einfach nicht drüber. Also du läufst an, du springst Latte gerissen. Du läufst an, du springst Latte gerissen. Immer Latte gerissen. Also immer Versager, Versager, Versager. Und das war vielleicht auch dieses Schicksal dieser jungen Frau. Immer Latte gerissen. Sie kam da einfach nicht drüber. Sie kriegte kein Lebensglück. Sie wollte zwar mit Jesus leben, aber irgendwie das Lebensglück blieb ihr versagt und sie verband das dann auch mit der Gemeinde und so weiter und so fort. Immer die Latte gerissen. Immer funktionierte es nicht. Und dann ist sie irgendwann unter durch gegangen, hat gesagt, dann lasse ich mal diese ganzen Regeln beiseite, dann versuche ich es so wie alle anderen Leute um mich herum zu bekommen. Und tatsächlich hat sie dort ein Stück ihres Lebensglücks gekriegt, aber, und das ist ja die Schwierigkeit, etwas anderes dabei verloren. Und das ist der Unterschied. Jesus bietet uns etwas an, wo du es kriegst und trotzdem nichts verlierst. Du verlierst ihn nicht und bekommst trotzdem Lebensglück. Und so macht er uns zu Überwinder, das heißt, wir kommen mit ihm mit Leichtigkeit über diese hohe Latte rüber. Ohne ihn geht es nicht. Aber er bietet uns das an, dass wir mit Leichtigkeit über diese hohe Latte hinweg kommen. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, nicht durch uns, durch den, der uns geliebt hat. Denn Jesus, der uns liebt, der hat quasi so eine Art, wie soll ich sagen, der hat seine Engel bereitgestellt. Und wenn du dann anläufst, darüber zu und in dem Moment, wo du lospringst, geben die dir so einen Push, dass du fünf Meter über die Latte rüber fliegst und nichts reißt, sondern nur noch Angst hast, wo wirst du landen, wenn du wieder ankommst unten. Aber da steht dann auch jemand. Mir fällt jetzt gerade kein Ahler rein. Jetzt geht es aber um Folgendes, ihr Lieben. Jesus bietet uns etwas an, aber es kommt nicht automatisch über uns. Das lesen wir auch in der Offenbarung. Der Geist Gottes und die Braut rufen komm und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen kommen und wer Durst hat, der komme und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es um sonst und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Das heißt, Jesus bietet uns Lebensglück an durch seinen Heiligen Geist. Aber er stülpt es niemand über, sondern er sagt komm und das ist jetzt diese große Schwierigkeit dieses kommen. Weil mit diesem kommen zeige ich ja, dass ich es brauche. Ich meine, wenn jemand Durst hat, ich meine, jeder Mensch hat Durst, also da, wie soll ich sagen, das ist ja nicht peinlich, wenn du sagst, ich habe Durst und muss was trinken. Aber dieses kommen, das stelle ich mir manchmal so vor, wie Leute, die zwar kaum ein Einkommen haben, aber nicht zur Emshorner Tafel kommen mögen, weil sie sich dann outen, dass sie nichts haben, dass sie was brauchen. Und wir erleben ja jetzt bei der Tafel, gerade bei den Abholern, erleben wir ja inzwischen eine Art Drei-Klassengesellschaft. Die erste Klasse ist die die es haben, also die bürgerlichen und die reichen, die zweiten sind die Hartz-IV Empfänger und die dritte Klasse das sind die Flüchtlinge. Wir erleben etwas ganz Merkwürdiges, dass die deutschen Abholer kaum mehr kommen. Die kommen dann nachher zum Mittagessen teilweise, aber kaum mehr kommen. Das heißt, ein deutscher Hartz-IV Empfänger, dem ist es so peinlich, unter lauter Syrern zu stehen und eine zufällige Nummer zu ziehen, dass er dann lieber gar nicht erst kommt. Das haben wir so festgestellt in der Entwicklung. Das haben wir auch der Politik weitergegeben. Und so kommt es mir manchmal auch vor, wenn so ein Aufruf kommt, komm, dass man denkt, dann oute ich mich ja, dann zeige ich ja, dass ich bedürftig bin. Und ich wenn ich Sport getrieben habe, nimmt es mir niemand übel, dass ich Durst danach habe. Wenn jemand unter uns leer ist, jemand sagte mal zu mir, ich habe mich leer geliebt. Das ist auch so eine Geschichte. Ich habe mich leer geliebt. Wenn jemand unter uns leer ist, heißt das doch nicht unbedingt das was mit dir nicht in Ordnung ist, sondern es heißt nur, dass du leer bist, vielleicht auch weil du so viel weitergegeben hast. Und jetzt brauchst du wieder was. Das ist doch nichts peinliches. Dieses Kommen ist nämlich ein ständiger Aufruf, versteht ihr, das ist nicht nur für die, die nicht so ganz richtig sind in ihrem geistlichen Leben oder die mal wieder tief in die Kloschüssel gegriffen haben und jetzt Dinge wieder in Ordnung bringen müssen und so weiter, sondern das gilt eigentlich für jeden ständig in einem gewissen Sinne, denn wie sollen Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe fließen, wenn nicht permanent nachgefüllt wird, refill. Aber es ist immer wieder Fülle auszustrecken, die läuft nicht immer so automatisch. Es kam so kurz die Frage auf, auch in unserer Gruppe, was meint Jesus denn, wenn du von meinem Wasser trinkst, dann wird dir nie mehr dürsten. Das ist doch, also einmal Heiligen Geist empfangen und alles ist okay, dann läuft das ganze Leben durch weg, nur in Kraft und in Herrlichkeit und so weiter. Aber Jesus erklärt das ja danach, wird niemals dürsten, denn es wird eine Quelle in der Person. Und ich will das mal jetzt so übertragen, das ist so, früher hatte man Brunnen, da musste man hin marschieren und dann hat man Wasserleitung gelegt in die Häuser rein. Und jetzt ist die Quelle des Wassers in deinem Haus. Du brauchst nur den Wasserhahn aufdrehen. Aber der Wasserhahn ist nicht ständig aufgedreht. Ich hoffe zumindest jetzt gerade nicht bei euch. Sonst habt ihr ein leichtes Problem, wenn ihr wieder nach Hause kommt. Sondern selbst ein Wasserhahn, der in meinem eigenen Haus ist, den muss ich aufdrehen. Selbst da muss ich kommen und sagen, ich brauche eine neue Fülle. Ob es nun eine Quelle in mir ist oder ich zu einem Brunnen hinlaufen, das spielt jetzt gar keine Rolle. Es ist immer wieder die gleiche Sache kommen und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich möchte einfach nochmal festhalten, Jesus bietet uns etwas an, wirklich im Heiligen Geist richtiges Lebensglück. Keine gespielte Freude, keine Art von Freude und Lachen, wo man denkt, gleich sind die Leute reib für die Psychiatrie, sondern eine ganz tiefe innere Freude, die dir niemand nehmen kann und die dein ganzes Leben komplett ausfüllt. Und in diesem lebendigen Wasser bietet er uns gleichzeitig an, die Maßstäbe, die er uns gibt, auch halten zu können. Und ich lese nochmal diesen berühmten Vers, der ja oft zitiert wird, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und euren Lasten stöhnt. Und dann sagt er nicht, ich werde sie euch abnehmen, sondern ich werde euch ausruhen lassen. Und jetzt sagt er etwas ganz komisches, er sagt eigentlich, ich gebe euch sogar noch eine Last oben drauf. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Denn ich quäle euch nicht und ich habe ein demütiges Herz und mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Gemeint ist dieses Doppeljoch. Früher gab es ein Doppeljoch, dass zwei Ochsen oder Stiere quasi unter ein Joch gespannt wurden und dann zusammen quasi den Job taten. Und wenn Jesus sagt, nimm mein Joch auf dich, dann heißt es, er ist auf der einen Seite und du bist auf der anderen Seite. Er ist der Starke und du vielleicht im Moment nicht, aber zusammen schafft ihr das. Zusammen schafft ihr das. Und unsere Last trägt er ja auch mit uns zusammen. Er nimmt es nicht immer alles weg, aber er gesellt sich dazu. Und das ist dieses lebendige Wasser. Er gibt dir eine Kraft, die dir Dinge möglich macht, die dir vorher nicht möglich waren. Mit ihm überwinden wir weit. Und das ist dieses tiefe Geheimnis. Und dazu möchte ich heute einfach mal Raum geben, dass wir dieses lebendige Wasser suchen. Und ich würde es gerne so machen, wie Alex es auch letzten Sonntag gemacht hat. Ich fand das gut, dass wir jetzt nicht in erster Linie ein Seelsorge Gespräch suchen, das bieten wir nach dem Gottesdienst an, für jedermann, sondern dass wir seine Kraft suchen, das lebendige Wasser. Und wer immer mag, der darf jetzt kommen und sich danach ausstrecken, nach diesem lebendigen Wasser, nach dieser Fülle.